Hallo Leute, heute um 17 Uhr gibt es mal wieder einen Random Stream. Mal gucken, was wir so zocken wollen. Wir haben eine ganze Menge zur Auswahl. Vielleicht gucke ich mal hier rein, vielleicht gucke ich mal da rein. Mal schauen. Isaac ist ja offen, NecroDancer ist offen, Minecraft haben ja auch noch einiges zu tun. Also ich denke mal, wir sehen uns dann gegen 17 Uhr bei mir. Bis dann. Ciao, ciao.